Hallo und herzlich willkommen hier in den Lüften von Valguero. Sagt man das so in den Lüften? Nein, in der Luft. Ja, Hi Fly oder sowas. Ja, wir sind am Fliegen. Wir sind am Fliegen. Genau und ihr seht vielleicht, wir haben andere Vögel als sonst und wow, die sind auch schön schnell, deswegen macht das so Spaß mit denen so kreuz und quer zu fliegen. Aber mit einem schwindelig von. Vielleicht merkt ihr es auch schon, in welche Richtung wir fliegen. Vielleicht erinnert sich jetzt jemand daran, dass sie irgendwann mal erzählt haben, dass wir also ich zumindest unbedingt Wirbern haben möchte. Und eigentlich könnten wir uns ja Wirbern mit der Immersive Taming Mod zähmen. Langweilig. Nicht langweilig, das machen wir auch noch. Langweilig. Irgendwann. Aber wir wollen jetzt erstmal, wir brauchen vor allem sowieso erstmal Wirbern, Krallen dafür, soweit ich weiß. Das kann ich jetzt gerade nicht nachgucken, weil ich das Journal nicht dabei habe. Ja, tut mir das aber leid. Ja, ne? Wir wollten ja noch so einen schönen Wettbewerb machen. Wer von uns beiden wohl besser und mehr Wirbern-Eier klauen kann? Und deswegen haben wir uns ähnliche Agis jetzt besorgt von den Werten, beziehungsweise die eh nicht auch gelevelt. Also die haben jetzt, also mein hat 189 Prozent Bewegungsgeschwindigkeit, der von B, glaube ich, 185. Ja. Ähm, ich glaube, die die vier Prozent machen den Kull dann auch nicht mehr fett, aber ja. Dank. Wir werden das grundsätzlich aber nach unserer altbewährten Taktik machen, die wir von Ragnarok schon ähm perfektioniert haben. Ich habe da vorne einen kleinen Bunker gebaut, den wir jetzt gerade suchen, mit Turrets rum. Da hätten wir uns die, ähm, die Rüstung holen sollen? Nö, so kalt ist da nicht. Also ich habe eben nicht gefroren. Ich friere gerade. Ja, wir haben doch Hellfutter, also. Da mache ich ihm jetzt nicht so viel Gedanken. Und ich habe noch meine teure Rüstung an, also. Ja, das habe ich auch, aber die behalte ich auch. Die behalte ich auch. Ich habe hier irgendwo, warte mal, wo bin ich? Da ist schon die Wippernstucht. Ja doch, ich bin richtig hier so ein kleines Mini-Hütchen gebaut. Da kommt jetzt noch ein Bett rein. So. Und eine Kiste kommt hier noch rein. Ich habe keine Treppe gebaut, ich weiß. Ja, ich merke. Aber wenn du mit Anlauf da hochkommst, dann, äh, brauchst du das nicht. Zumindest hat jeder sogar seine Kiste. Aber ich habe gar nichts mehr, was da, was ich da unbedingt reinpacken muss. Ich wollte nur, falls es dunkel wird, damit wir es besser finden, hier noch, äh, ein paar Dingssätzen. Wie heißt es? Packeln. Die hatten wir nämlich noch da rumliegen. Die werden wahrscheinlich vom ersten Wirwarngelicht gefressen, aber falls es dunkel ist. Ja, wenn du sie hier hinter das Häuschen stellen würdest, würdere das vielleicht einfach auch. Rum, rum, kommen die überall hin. Überall hin, so. Echt nur drei Töre, weißt du? Nein, guck mal oben. Oh, fünf. Okay. Ja, das ist gut. Genau. Ich mach mal Strom an. Du hast noch ein Holzdach gesetzt. Nein, das sind Kiepteile. Ach so. Und Kiepteile sind wie Metall. Mir ist kalt. Ja, ein bisschen. Aber du hast jetzt nicht das Outlet hier draußen gesetzt, ne? Das geht auch gleich kaputt. Da hab ich gar nicht dran gedacht, dass das ja hier raushakt. Musst du, musst du im Haus haben. Ja. Eigentlich reicht's. Da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass das ja rausguckt. Ach, nur irgendwie hier im Haus, dass das... Ja. Hat ne gute Reichweite, dieses Outlet. Ja. So. Okay. So, ich mach die hier oben noch. Wenn ich... Nein! Ach, ich hab's gehofft, dass ich absteigen kann, dass, äh... Dass ich da so dran komme. Aber daneben nicht. So vom Felsen rüberspringen können. Warte, die steht noch auf nur überlebende oder gezähmte, ähm... Kreaturen. Die müssen wir noch... Ähm... Einstellen. Range hoch. Ähm... Wild only. Annehmen. Kann ich das nicht? Hab ich nicht so ne... Ne, ich hab keine Knarre dafür mitgenommen. Ne, die hast du in der Base gelassen. Ja. Wild only. Annehmen. Hast du die unten alle schon, oder? Jetzt. Sehr gut. Ich hab ein bisschen Angst. Nachgucken. Ja. Wir haben uns noch nicht geeinigt, ob wir jetzt gleichzeitig losfliegen, oder, ähm... Gleichzeitig los. Gleichzeitig losfliegen. Und, äh, setzen wir uns ne Zeit, oder, äh... Wir haben uns auch gar keine Gedanken gemacht, so richtig, ne? Wie wir das anstellen, unseren Wettbewerb. Ähm... Keine Ahnung. Das sind meistens die besten Sachen. Ja, weiß nicht, ähm... Dann sagen wir ne Viertelstunde ab jetzt. Ich stell mir mal grad ne, 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 ne... Timer. Auf ne Viertelstunde. Und dann... Timer. 15 Minuten. Und wenn ich den gleich starte, dann haben wir 15 Minuten Zeit. Und wer dann mehr Eier hat, hat gewonnen. Ja? Mhm. Direkt dran, die Krallen müssen wir einsammeln, wenn wir... Wir waren und töten. Gut. Ich glaube nicht, dass mein Agi so lange überlebt, aber gut, ja. Das schaffen die schon, das schaffen die schon. Ich leg mal los. Also dürfen... Also, warte, warte. Dürfen wir dann die Wifffern hierher locken? Ja, ja, klar. Gut. Okay. Das dürfen wir. Drei, zwei, eins, go. Angst, Angst, Angst. Oh Gott, da ist ein rot-schwarzer, den will ich... Den will ich nicht, der ist, glaube ich, 15. Ähm... Ist jetzt die Frage. Oh, du klaust dir direkt schon das erste Ei, oder was? Klar. Keine Susan auf dem Hals, oder das? Oh, ich aber gleich... Oh, doch, du hast zu... Oh! Lock die mal schön weg, lock die mal schön weg. Da hör dich schon. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ja, ich komm auch mal... Oh, der Gott, das sind so viele. Das sind so viele. Aber die Turrets reichen ja richtig weit, die S-Plus-Turrets. Viel weiter als die normalen. Oh, das sind zwei hohe... Oh, das sind zwei hohe! Viel Spaß, ich hol mir Eier. Mist, wie? Da warst du schon drin. Der rote war nur 85. Okay, jetzt die Bahn frei. Oh, zwei Eier gleich in einem Nest, das eine in den 185er. Drei Eier waren da drin. Was? Was? Das ist Schummeln. Das ist nicht Schummeln. Das ist Schummeln. Ein 185er, ein 160er und ein 95er. Das ist Schummeln. Das ist nicht Schummeln. Das ist einfach nur Glück. Das ist Schummeln. Oh, da kommt noch einer, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Aber wir haben schon mal zwei gute Eier, das ist doch... Ich hab gar nicht geguckt, das interessiert mich gerade auch gar nicht. Ich muss Eier sammeln, ich muss mehr kriegen als... Nee, nee! Ach, dann ist er zu dir. Ich dachte, der folgt mir. Ach, toll! Wir müssen zu den Feuerwürmern, müssen wir aber auch noch, ne? Ähm, oh, ich weiß, wen ich den geben kann. Dir. Was? Den Würmer... Nee, du schreibst den nicht an mir ab. Hier war ich gerade, ne? Ah! Hau ab, du blödes Vieh! Nein, ich muss hier erstmal loswerden. Da! Einer! So, noch ein Nest. Guck auf dein Gewicht. Da waren vier Stück drin! Alter, da kann ich doch gar nicht gewinnen, das sind ohne Fehler. Das ist... Ich hab drei Eier. Waren in dem einen zwei, oder wie? Nee, ich hab drei Nester geplündert. Äh, was... Was ist... Aber wieso... Das eine ist 13. 15. Ich muss die bald vor allem abladen, sonst werde ich zu schwer. Du kannst ja einen Argi packen im Moment, sind ja keine... Ja, hab ich ja. Hab ich ja schon. Aber der Argi ist schon bald voll... Achso, ja. Gut, wenn man... Wenn man so cheatet, ne? Ja, man sieht ja in der Aufnahme, dass ich nicht cheate. Guck, ich flieg jetzt in die Feuerhülle. Oh, ich hatte einen Wirwernhändel und ich hab's nicht mal gemerkt. Da flieg ich auch gleich rein. Aber erstmal muss ich sie an... Ach du Scheiße, sieht das geil hier aus. Das guck ich mal gleich an. Ich packe jetzt erstmal hier die Wirwern-Eier in mein... Oh, das kann böse enden. Das kann mal nix... Ja, du... Du ziehst die alle weg und stirbst und... Oh my god! Was denn? Geil hier. Ja. What the fuck? Räum du mal auf da unten. Nee, du musst hier runterkommen. Du musst hier definitiv runterkommen. Mach ich auch, wenn du aufgeräumt hast. Ja, nee. Haha, ich werde hier den Weg wieder rausfinden, ja. Geil ist das denn, bitte? Ähm, hier sind ein paar mehr Püffern. Ja, wie cool. Bani, das musst du zeigen. Das musst du richtig zeigen. Dann schnapp dir mal ein... Ei? Ein Ei, ja. Ich glaube, ich bin vorher Wirwernfutter, ey. Oh, das Reinfliegen ist... Alter, Alter. Ich habe Angst. Solltest du auch haben. Oh, was? Ich kann... Ich, also... Oh, ich bin schon... Ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme. Au, au, au. Da habe ich Angst gerade. Au, au, au. Alter, das ist heftig. Oh, scheiße. Wo geht es hier raus? Bist du durch? Du bist doch nicht zu mir. Mir doch egal. Da geht es raus. Da geht es raus. Da geht es raus. Oh, du hast einen anderen Weg als ich. Oh. Du hast eine Abkürzung genommen. Aber das ist... Oh nein, da sind noch mehr Wirwern. Oh Gott, hier sind schon wieder Eiswürfern nachgespawnt. Oh Gott. Oh Gott. Oh scheiße. Hast du ein Ei geklaut, oder? Nein. Ich habe die Aufmerksamkeit gekriegt. Ja. Da war noch mehr. Aber ich bin jetzt erst mal raus, weil ich Angst hatte. Wo ist denn jetzt... Wo ist denn dieses Kackhaus? Oh, fuck. 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 Ich versuch's nochmal, ich such mir jetzt, ich will nur ein Feuer, ähm, ein... Oh, ne, will ich gar nicht, na, ich schon hab gesagt, ein Ei und kein Wiffern. Hilfe. Wir sind voll mutig, das hört man, ne? Ja, total, sowas von. Wo ist diese Kackhütte? Da ist die Kackhütte. Ich hab auch einen hinter mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der versteckt mich jetzt hinter der... Der leckt mich ja mal an der Tisch, ey. Wow. Aber ich freu mich jetzt schon, die irgendwann auszubrüten, die Eier. Aber wir brauchen erst noch... Wir brauchen einen, äh, Alpha-Wirffern. Wir müssen unten, äh... So lange normale Wirffern töten, bis wir den Alpha kriegen. Wir brauchen die Milch. Oh, das war ein 170er. So, die Krallen können wir später raussuchen, ne? Die Taschen bleiben ja noch ein bisschen. Alter, Alter. Es müsste doch eigentlich zwei Eingänge geben in die Feuerhöhle, oder? Nicht nur einen, oder? Ich glaube, das macht eine Schleife. Also du kommst wirklich durch dieselbe wieder raus. Ja, weil hier auf dieser Seite müssen wir doch auch reinfliegen können. Ja, kann man. Echt? Hast du noch einen Eingang gefunden? Ja, der auf der anderen Seite. So, jetzt hoffe ich jetzt mal, dass mir nicht direkt wieder einer entgegenkommt. Ich hab halt, ich hab mehr Angst vor der Lava, als vor den Wibbern. Der Weg ist hier scheinbar aber länger. Also ich bin wieder in der Höhle drin. Aber durch dieses Dunstige und sowas siehst du auch nichts. Alter. Krasser. Scheiß. Oh, ich werd gleich so auf den Arsch kriegen, ich hab ein Ei hier. Du hast ein Ei? Ja. Dann lock die mal schön weg, damit ich gleich noch... Freie Bahn hast. Ja, ist klar. Hilfe. Ja, kommt auch schon. Na, 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 na. Na, na, na. Oh! Ich wollte gerade sagen, das ist ein Nest, aber da ist er und wir von. Ich weiß aber nicht, welchen Ein- oder Ausgang du meinst. Die anderen, da wo die Lava reinläuft. Ich hab ja nicht jetzt reingeflogen. Äh, die kommt da raus, ohne zu sterben? Die müsste doch in die Lava fliegen, ey. Rein theoretisch. Also, bei Ragi sind sie immer alle gestorben, wenn sie in die Lava geflogen sind. Ja. Aber ich weiß gar nicht, du musst mir das gleich mal, sonst gleich mal zeigen. Wie ist es tot? Du, du... Wo die die Schnaublecke hat? Ähm... Von, von der Hütte aus gesehen. Wo ist denn da der andere Eingang? Das ist direkt, wenn du in die Wippernschlucht reinfliegst. Und da, wo der Lavafluss reinfließt. Da ist auch ein Eingang. Okay. Wo bist du denn? Bist du ja mal hinten beim Lavawassertfall, oder was? Ich fliege mal hinten rein, ja. Ja, brauchst du nicht. Hier vorne ist auch einer. Allerdings ist der Weg zu runter ein bisschen länger als der auf der anderen Seite. Aber nicht so verwinkelt. Okay. Ich bin auch wieder drin. Hm, ich lade gerade einmal meine Ausdauer auf. Unsere Challenge geht nach sechseinhalb Minuten. Du hast doch mit drei, vier, fünf, sechs Eiern da schon viel mehr, ey. Die haben vielleicht schon gewonnen, ja. Vielleicht gebe ich dir aber auch eins von den guten Eiern ab, wenn du kein gutes hast. Ich habe bisher nur einen 90er. Oh Gott. Dieser Eingang ist irgendwie noch gruseliger. Nein? Nein. Ich finde den jetzt nicht länger, den Eingang. Level 100 dann. Ach, hi. Oho. Hast du das Ei mitgenommen? Ja. Und es kommt nichts? Äh, da oben sehe ich eine Wirwern. Moment, kommt Kacken. Dann arbeiten wir jetzt zusammen. Äh, vorne links ist eine Wirwern. Bitte, hier gegenüber von dir ist auch noch ein Nest. Ja. Bist du in dein Nest drinne? Ja, warte. Äh, ich nehme es. Drin? Es ist nur ein 20er. Bist du drin? Ja. Okay, ich geh auch. Achso, ich hatte es schon genommen, ja. Ah, ja, ich merks. Ich merks, ich merks, ich merks, ich merks, ich merks, ich merks, ich merks. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, fuck. Oh, 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 mein Aki ist gleich tot. Der braucht mich nur noch zweimal treffen oder einmal treffen, dann bin ich tot. Oh, oh. Ich habe gerade zwei Wirwern hinter mir. Au. Kommst du zum Ausgang, oder? Weiß es nicht, keine Ahnung. Weil mir jetzt nichts fällt. Oh, das wäre echt ärgerlich. Ich habe doch mal eine gute Ausrüstung hier. Bei mir folgt jetzt gerade nichts. Ich bin gleich tot. Oh, ich sehe das. Oh, verdammt. Tot. Ich fliege dann mal raus. Aber wir brauchen... Ja. Eigentlich müssten wir die rausziehen. Meine Re... Ja, konnte ich nicht. Ich versuche es mal. Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Verdammt. Mein Aki hat vielleicht auch gerade ein bisschen gebrannt. Oh. Hattest du deine Eier vorher rausgepackt? Ähm, nein, das waren nur 15, 20, 15 So Ja, wenn wir dann keinen Die folgen mir jetzt nicht raus Wenn wir dann keine, ähm, Eiferwibbern oder so finden Müssen wir tatsächlich uns Mädels fangen und betäuben, ne? Müssen wir uns irgendwie so ein Zähnkäfig oder sowas bauen Aber du hast nur 160er und nur 185er? Ja Der Priester, ey Aber sonst war da nichts Tolles bei, nur die beiden, ne? Ja Ich bin jetzt auch nur einmal hier gespawnt, ob du gucken, was du da hast Ja, vor allem die waren auch noch beide im gleichen, äh, Nest Ja, das, was ich da auch eben aufgehoben habe, war auch nur eine 95er Feuerwibbern Ja Aber ich flieg nochmal rein in die Feuerschlacht Huch, da ist ein Feuerwibbern, huch Wo kam der denn auf einmal weg? Keine Ahnung Aber ich nehme jetzt auch nochmal den anderen Eingang Ich glaube, da ist, äh... Gehe ich zurück zur Base und hole mal meinen anderen Arky Ich habe die Schell jetzt verloren Ich meine, grundsätzlich bin ich auch mit Eiswibbern voll zufrieden Ich mag die sehr gern Aber Feuerwibbern sind halt auch nicht schlecht, ne? Ja Oh, hier ist noch ein Eiswibbernei Ja Ich ableh, jetzt mal vor euch Rüstung Scheiße Was ist denn? Geobstattet. Das ist wahrscheinlich schon wieder ges... Huch! Huch! Verdammt, oh, der hat mich eingefroren. Oh nein, oh nein, 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 nein. Eingefroren ist richtig kacke. Ja. Ich bin aber auch so doof, ich wollte... Ich hab die nicht gesehen und wollte unbedingt direkt gucken, was für ein Eich da habe. Und als ich ihn mit dem Inventar bin, macht es dann... Ja. Erstmal mein Nutzung tauschen soll. Kann ich mich gerade selber beißen für... Ein Zwanziger? Und für ein Zwanziger-Eier hab ich das jetzt raus, gell? Es wird Nacht. Ein paar Feuerwebern sind jetzt aber gerade draußen. Hm. Glaub ich. Die sind doch bestimmt pieselig. Ich zieh den hier auch mal zu den Turrets. Oh. Also hoch runter fliegen oder sehr steile hoch fliegen vor allem, ist immer noch, glaube ich, eine der besten Taktiken. Oh, ist schon tot. Aber ich finde das ziemlich geil gemacht mit dieser Feuerschlucht unter der Eisschlucht. Mhm. Voll irgendwie, die ist riesig. Ich hab schon wieder vier Eier übereinander gehabt im Eis... im Eisnest. Das ist echt, äh... Oh ne, die waren eben alle leer. 20, 13, 95... 185! Wir haben 285er! Und mein Wecker piepst. Also mein Timer. Mhm. Ja, ja, du hast geworben. Aber wir haben 285er, wie? Wir brauchen jetzt unbedingt, ähm... Wir brauchen unbedingt, äh... Wirwernmilch. Aber da können wir sonst... Ich glaube, das ist einfacher. Wir schnappen uns ein Mädel und packen so ein Zehnkäfig. Als dass wir, ähm... Auf dem Alpha spawnen wollten. Ja, vor allem, weil die... Das Problem ist ja, dass die Alphas ja nur Feuerwehrwarn sind. Und die ja nur da unten spawnen und... Wird schwierig. Huch. Ja. Und ich bin nicht mehr mit meinem 185-Jahr-Bewegungsgeschwindigkeit-Agi entkommen. Ja. Ja. Also mit normalen Agis... Pfui. Wobei ich nur sagen muss, ähm... Also ich habe halt echt lange nichts abgekriegt. Ich glaube, mit einem richtig gut gelevelten Petri kannst du auch Glück haben. Wenn du den richtig gut... Oder gut gezüchtet, gut gelevelt hast, könntest du Glück haben. Weil ich hab halt... Wenn du schnell bist, kannst du halt, wenn du Glück hast, ohne was abzukriegen, klarkommen. Dann brauchst du gar nicht so viel Leben. Ja, ein Petri ist ja auch wendiger als ein Agi. Also davon mal abgesehen. Haben die Eiswilder nicht gekriegt rein? Weil mit nem... Mit nem Greifen würde ich schwierig da unten finden, weil den Sturzflug würde ich da nicht so oft machen wollen. Ja. Wenn du Leck hast, dann bist du gleich in der Lava. Aber die Eiswilder haben die keine Krallen eigentlich? Oder droppen die keine Krallen? Ähm... So? Können sie nicht. Ja. Die sind keine Krallen. Ja. Also die Giftwildern, die Feuerwildern, die haben. Blitzwildern haben auch. Ich mein aber die Eiswildern eigentlich auch? Oder ist das momentan noch ein Bug oder so? Mit... Weil ich... Gab's da nicht auch mal bei der Immersive Taving irgendwelche Probleme? Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Keine. Keine. Oh. Kann das ja einer unserer Zuschauer beantworten. Ja. Der hat ne Tasche verloren hier. Ja, der Feuerwildern hat welche. Dann haben die Eiswildern vielleicht nur keine. Weil ich dachte, die hätten welche. Aber vom Feuerwildern hab ich eine gekriegt. Dann müssen wir mal gucken, wie... Sonst kann ich das ja umstellen. Als Admin, womit man bei der Immersive Taming die... Die Tiere zähmt. Und dann stelle ich das halt von Krallen um auf irgendwas anderes. Dann bauen wir halt irgendwelche anderen Baits. Für die Eiswildern. Das... Das kriegen wir schon hin. Aber dann würde ich sagen, dann werden wir jetzt gleich erstmal Sachen für ein Zähnkäfig besorgen. Und Betäubungspfeile, ne? Ja. Dann beschaffen wir uns in der nächsten Folge ein wenig Milch. Aber... In der nächsten Folge... Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Bestimmt. Ciao, ciao. Tschüssi.